Sie sind hier, 23. Januar 2019 11.42 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern, Luis Suárez schwärmt von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, Urheberrecht, Getty Images, Luis Suárez hat sich als großer Fan von Jürgen Klopp geoutet. Der Stürmer des FC Barcelona würde dabei gerne einmal unter dem deutschen Coach spielen. Uruguay-Stahl Luis Suárez vom spanischen Meister FC Barcelona macht aus seiner Bewunderung für Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool kein Geheimnis. Derzeit arbeiten wir für zwei verschiedene Vereine, insofern ist das aktuell kein Thema für mich. Aber klar, jeder Spieler würde gerne mal unter Jürgen Klopp trainieren, sagte der Torjäger der Katalanen, der als jugendlicher Jürgen Klinsmann bewunderte im Elffreunde-Interview. Für einen Ex-Klub Liverpool, Gegner des deutschen Rekordmeisters Bayern München im Achtelfinale der Champions League, meinte Suárez, der am Donnerstag sein 32. Lebensjahr vollendet, wer einmal in Liverpool gespielt hat, bleibt ein Leben lang mit dem Verein verbunden. Die Mannschaft spielt grandiosen Fußball, und es interessiert mich sehr, wie sie dieses Jahr abschneiden werden. In Schutz nahm Suárez seinen wegen Disziplinlosigkeiten immer wieder auffälligen Teamkollegen aus Mane Dembele, früher Borussia Dortmund, aus Mane ist noch ein junger Kerl, und trotzdem hilft er uns schon jetzt auf dem Spielfeld. Deswegen gehe ich davon aus, dass er seinen Weg machen wird. Denn mit der Zeit wird man automatisch ernster und reifer. Auch Herr von Sportinformationsdienst. Und dabei ist er, dass er den Weg macht, in der Zeit wird, wenn er einen Weg macht, in der Zeit wird, wenn er den Weg macht. Vielen Dank.